G.M.Factory präsentiert Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen Gelesen von Gregor Schweitzer Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen erschienen im Fester Verlag Bosdorf bei Leipzig, aus dem amerikanischen von Malte S. Sempton. Der Steinmetz und die Wasserspeier Unter den vielen Wasserspeiern, die mit bösen oder hämischen Fratzen vom Dach der gerade erst fertiggestellten Kathedrale von Vion herabblickten, gab es zwei, die in Bezug auf handwerkliche Vollkommenheit und vollendete Groteskheit alle anderen übertrafen. Diese beiden waren Werke des Steinmetzen Blaise Renard, der aus Vion stammend erst vor kurzem von einem langen Aufenthalt in den Städten der Provence zurückgekehrt war und Arbeit auf dem Bauplatz der Kathedrale gefunden hatte, deren Errichtung und Ausschmückung sich nach langer Bauzeit dem Ende zuneigten. In Anbetracht der von Renard gezeigten erstaunlichen Kunstfertigkeit bedauerte Ambrosius, der Erzbischof, dass es nicht möglich gewesen war, die Ausführung sämtlicher Wasserspeier bei diesem fähigen, mit viel Fingerspitzengefühl begabten Handwerker in Auftrag zu geben. Doch andere Leute, die einen weniger unvoreingenommenen Geschmack besaßen als Ambrosius, äußerten sich im gegenteiligen Sinne. Diese Meinung war womöglich beeinflusst von der persönlichen Abneigung, die Renard schon seit dem Knabenalter in Vion von jeder Mann zu spüren bekam und die sich nach seiner Rückkehr mit erneuerter Heftigkeit gegen ihn richtete. Ob man ihm damit Unrecht tat oder nicht, sei dahingestellt. Jedenfalls war bereits sein Aussehen schon immer geeignet gewesen, ihn unbeliebt zu machen im Volk. Er war ungewöhnlich dunkel, sein Haupt- und Barthaar besaß eine eigentümliche, bläulich-schwarze Farbe, und sein ungleiches Paar schräg gestellter Augen verlieh ihm ein unheimliches, ja verschlagenes Gepräge. Sein wortkarges, finsteres Gebaren begünstigte, von abergläubischen Menschen mit nekromantischem Wissen und Wirken in Verbindung gebracht zu werden, und es gab Menschen, die bezichtigten ihn hinter vorgehaltener Hand, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Doch diese Anschuldigungen waren wenig mehr als vage, anonyme Gerüchte, denn bis zuletzt fehlte ihnen jeder handfeste Beweis. Dennoch hielten jene Leute, die Renat heuflischen Umgang unterstellten, eine Zeit lang daran fest, die beiden Wasserspeier als genügenden Beleg für ihren Verdacht anzuführen. Ohne Eingebung durch den Erzfeind, so machten sie geltend, vermöge niemand, etwas so abgrundtief Böses und Niederträchtiges zu erschaffen, vermöge kein Mensch aus bloßem Stein, die lebendigen Züge der beiden dämonischsten aller Todsünden derart vollendet hervorzubringen. Die beiden Wasserspeier kauerten an den äußeren Ecken derselben Seite des Hauptturms der Kathedrale. Der eine war ein knurrendes, mordgieriges Ungeheuer mit katzenförmigem Schädel, dessen gefletschte Läfzen furchteinflößende Fänge entblößten und dessen Augen unter gesträubten Brauen unerträglich hasserfüllt glommen. Dieses Fabelwesen hatte die Klauen und Flügel eines Greifen und schien im Begriff sich von seinem luftigen Sitz emporzuschwingen und hinabzustoßen auf das häuserge Wimmel von Vion, gleich einer Harpie, die sich auf ihre Beute stürzte. Sein Gefährte war ein gehörnter Satyr mit den Schwingen einer riesigen Fledermaus, wie man sie in der tiefsten Hölle vermutet, und mit spitzen gebogenen Krallen. Aus seinem Blick sprach eine satanisch brütende Lüsternheit, als blicke er schadenfroh nieder auf das hilflose Opfer seiner verderbten Begierde. Beide Figuren waren vollständig ausgearbeitet, einschließlich des Hinterleibes, und nicht bloß die üblichen Anfügungen am Kathedralendach. Bei ihrem Anblick erwartete man fast, sie würden sich jeden Moment aus ihrer steinernen Verankerung in die Lüfte erheben. Ambrosius, der ein kunstsinniger Erzbischof war, hatte unverhohlerne Begeisterung für diese Arbeiten bekundet und pries sie als vollendet ausgeführte und äußerst lebensechte Bildhauerwerke. Andere hingegen, darunter viel geringere kirchliche Würdenträger, zeigten sich einigermaßen empört und behaupteten, der Steinmetz habe in diesen Skulpturen seine eigenen Laster sichtbar zum Ausdruck gebracht, zum Lobe Belials statt zur höheren Ehre Gottes, und habe sich daher der Blasphemie schuldig gemacht. Sie räumten ein, dass ein gewisses Ausmaß an Groteskheit für Wasserspeier unabdingbar sei, im vorliegenden Fall jedoch seien die Grenzen des Erlaubten erheblich überschritten worden. Aber nachdem die Kathedrale erst einmal fertig gebaut war, konnten auch die vielen feindseligen Kritiker nicht verhindern, dass die hoch über der Stadt schwebenden Wasserspeier des Blaise Renard ebenso wie sämtliche übrigen Einzelheiten des Bauwerks durch schiere tagtägliche Gewöhnung schon bald als selbstverständlich angesehen wurden. Am Ende vergaß man sie fast. Die Empörung und der Widerstand verebten, und der Steinmetz erhielt, wiewohl die Stadtbewohner ihn nach wie vor misstrauisch ansahen, dank der Unterstützung urteilsfähiger Gönner andere Aufträge. Er blieb in Villon und machte, wenn auch ohne sichtbaren Erfolg, der Tochter eines Schankwirts den Hof, einer gewissen Nicolette Villon, für deren Reize er, wie man sagte, auf die ihm eigene mürrische und wortkarge Art schon seit langem entflammt war. Indessen hatte Renard selbst die Wasserspeier keineswegs vergessen. Wann immer er an dem herrlichen Kathedralenbau vorbeikam, blickte er mit heimlicher Genugtuung zu ihnen empor. Über die Ursache dafür hätte er vor sich selbst schwerlich Rechenschaft ablegen können. Anscheinend bewahrten sie eine ungewöhnliche und geheimnisvolle Bedeutung für ihn und kündeten von einem unbestimmten, aber erhebenden Triumph. Auf die Frage nach dem Grund für seine Genugtuung hätte er angegeben, dass er stolz sei auf zwei kunstvolle Beispiele seines handwerklichen Könnens. Was er nicht erwähnt hatte, ja, was ihm vielleicht noch nicht einmal bewusst gewesen wäre, ist, dass er in einen der beiden Wasserspeier den ganzen schwerenden Groll, den ganzen heimgezahlten Abscheu und Hass hineingelegt hatte, den er für die Einwohner von Villon empfand, die ihn seit jeher mit ihrer Missgunst verfolgten, und dass er dem in Stein gehauenen Inbild seines Grolls einen Standort verschafft hatte, von dem aus es in luftiger Höhe für alle Zeit hasserfüllt auf seine Feinde hinabstarren konnte. Noch viel weniger, vielleicht noch nicht einmal im Traum, hätte er daran gedacht, dass er mit dem zweiten Wasserspeier seine eigenen hartnäckigen und satyresken Leidenschaft für das Mädchen Nicolette Ausdruck verliehen hatte. Diese Leidenschaft war es ja, die nach langen Wanderjahren veranlasst hatte, zurückzukehren in die verhasste Stadt seiner Jugend. Und dermaßen unnachgiebig richtete sich diese Leidenschaft auf einen einzigen Gegenstand, dass sie sich dadurch abhob von den gewöhnlichen Begierden eines so schroffen Charakters wie Renard es war. Stets spürte der Steinmetz, mehr noch als selbst jene, die seine Schöpfungen schlicht geredet und verabscheut hatten, dass die Wasserspeier von Leben erfüllt waren, dass ihnen eine ureigene Lebenskraft und Wahrnehmungsfähigkeit inne wohnte. Und am lebendigsten wirkten sie immer gegen Ende des Sommers, wenn die Herbstregen auf Vion niedergingen. Wenn dann die Traufen der Kathedrale überliefen und ihre Fluten in die Straßen ergossen, mochte es wohl scheinen, als habe auf irgendeine Weise der schiere Sabber ruchloser Bosheit, der wahrhaftige Geifer unflätiger Lust sich in das Wasser gemischt, das in Sturzbächen aus den Mäulern der steinernen Ungeheuer brach. Zu jener Zeit, im Jahr unseres Herrn 1138, war Vion die bedeutendste Stadt in der Provinz Averroigne. An zwei Seiten reichte der große, finstere Wald, über den zweifelhafte Sagen im Schwange waren und in dem Wehrwölfe und Geister ihr Unwesen trieben, bis an die Stadtmauern heran, die am frühen Vormittag und zu Anfang des Abends in seinem Schatten lagen. Zu den beiden anderen Seiten erstreckten sich bebaute Felder und ruhige Flüsse schlängelten sich zwischen Uferweiden und Pappeln dahin und Straßen verliefen durch offenes Land zu den stolzen Burgen edler Ritter und den Ländereien jenseits der Grenzen von Averroigne. Die Stadt selbst war wohlhabend und hatte niemals teilgehabt am üblen Ruf des angrenzenden Waldes. Seit langem schon war sie gesegnet durch die Anwesenheit zweier Nonnenstifte und eines Klosters. Und jetzt, nach langer Bauzeit und schließlicher Vollendung der Kathedrale, herrschte allgemein die Zuversicht, dass Vion sich künftig des zusätzlichen Schutzes heiliger Mauern von noch erhabenerer Majestät erfreue, dass Dämon und Hexe und Inkubus sich mit noch eifrigerem Bedacht denn bisher fernhalten würden von der himmelsbegünstigten Stadt samt ihrem Umland. Natürlich war auch Vion wie alle Städte des Mittelalters nicht verschont geblieben von vereinzelten Fällen angeblicher Hexerei oder teuflischer Besessenheit und ein- oder zweimal hatte sogar die gefährliche Verführungskunst weiblicher Buldämonen ihre Anschläge auf die fromme Sittlichkeit der Stadt verübt. Aber das war schließlich nicht anders zu erwarten, in einer Welt, in der der Teufel und seine Werke beinahe überall um sich griffen. Niemand konnte somit die Herrschaft höllischer Schrecken vorhersehen, die die letzten Herbstmonate nach Fertigstellung der Kathedrale so furchtbar machen sollten. Noch schwerer erklärbar und noch blasphemischer und grauenvoller als ohnehin schon wurde die Angelegenheit dadurch, dass der erste der besagten Schrecken sich in der Nähe der Kathedrale selbst ja fast schon in ihrem beschützenden Schatten ereignete. Zwei Männer, ein ehrbarer Tuchhändler namens Julliot-Maspier und ein ebenso achtbarer Küfer, Jérôme Masal mit Namen, befanden sich eines späten November abends auf dem Heimweg, nachdem sie von einer Schenke zur anderen gezogen waren und sowohl dem roten als auch dem weißen Landwein zugesprochen hatten. Maspier zufolge, der als einziger überlebte, um vom vorgefallenen Zeugnis zu geben, gingen sie durch eine Straße, die zum Domplatz hinführte, und vor ihnen hob die mächtige Kathedrale sich gegen die Sterne ab. Da sei urplötzlich ein geflügeltes Ungeheuer schwarz wie der Ruß der Hölle von oben auf sie niedergestoßen und sei über Jérôme Masal hergefallen, habe ihn mit kraftvollem Flügelschlag niedergestreckt und ihn gepackt mit seinen dolchlangen Zähnen und Krallen. Maspier war außerstande, die Kreatur genau zu beschreiben, denn in der unbeleuchteten Straße hatte er sie nur zum Teil und dazu ungenau erkennen können. Hinzu kam, dass das Schicksal seines Gefährten, der auf dem Kopfsteinpflaster lag, während das schwarze, fauchende Teufelsding ihm die Kehle zerriss, ihn nicht ermuntert hatte, länger in solcher Umgebung zu verweilen. Er hatte sich von dem Schauplatz entfernt, so schnell die Beine ihn trugen, und war erst viele Straßen weiter vor dem Haus eines Priesters zum Stehen gekommen, wo er schlotternd und immer wieder vom Schluckauf unterbrochen über sein Abenteuer Bericht erstattet hatte. Der Priester ließ sich bewährt mit Weihwasserflasche und Weihwasserwedel und in Begleitung etlicher Bürger, die Fackeln und Knütteln und Spieße schwangen, von Maspier zur Stätte des Grauens geleiten. Und dort stießen sie nur noch auf die Leiche des Küfers, dessen Gesicht fast bis zur Unkenntlichkeit zerfleischt war und dessen Hals und Brust blutige Krallenspuren aufwiesen. Der dämonische Angreifer war verschwunden, und in jener Nacht gab es kein Zusammentreffen mehr mit ihm, und er ließ sich auch vor keinem Menschen mehr blicken. Aber jene Männer, die sein grausiges Werk mit eigenen Augen gesehen hatten, kehrten voller Entsetzen und in der festen Überzeugung in ihre Häuser zurück, dass ein Bewohner der tiefsten Hölle gekommen sei, um die Stadt heimzusuchen und vielleicht sogar festen Aufenthalt darin zu nehmen. Tags darauf ging Entsetzen um in der Stadt, als die Kunde des Vorfalls sich verbreitete. Rituale zur Austreibung des über Vion gekommenen Dämons wurden von der Geistlichkeit an allen öffentlichen Orten und vor den Türschwellen der Häuser durchgeführt. Aber das Verspringen von Weihwasser und das Murmeln lateinischer Formeln waren nutzlos, denn der böse Geist trieb weiterhin sein Unwesen, und schon in der ersten Nacht, die auf den grausigen Tod Jérôme Massals folgte, stellte er seine Grausamkeit abermals unter Beweis. Diesmal fielen ihm zwei Menschen zum Opfer, und zwar Bürger von großer Rechtschaffenheit und einigem Ansehen, auf die er in einer engen Gasse herabfuhr. Das erste Opfer tötete er sofort, das andere riss er von hinten zu Boden, als es zu fliehen versuchte. Die gellenden Schreie des wehelosen Mannes und das kehlige Knurren des Dämons drangen bis in die Häuser der Anwohner. Einige, die so kühn waren aus dem Fenster zu spähen, als der gottlose Angreifer sich in die Lüfte erhob, sahen noch, wie er mit seinen schwarzen, unreinen Schwingen die Sterne am herbstlichen Firmament verfinsterte und als furchtbare Drohung über den Hausdächern schwebte. Danach trauten nur noch wenige Menschen sich nachts vor die Tür, solange es nicht unumgänglich war. Und wer sich auf die Straßen wagte, sorgte für starke, bewaffnete Begleitung und trug brennende Altarkerzen vor sich her, die den Dämon fernhalten sollten, den man für ein Geschöpf der Finsternis hielt, das demgemäß das Licht hasste und davon abgeschreckt wurde. Aber die Dreistigkeit des Unholz kannte kein Maß, denn er fiel wiederum mehrere Gruppen ehrbarer Bürger an, ohne der lodernden Fackeln zu achten, die ihm in die Fratze gestoßen wurden, sofern sie nicht vorher im stinkenden Luftzug seiner mächtigen Schwingen erloschen. Offenbar war das Hüllengeschöpf von mörderischem Hass gegen die menschliche Rasse beseelt, denn wer immer ihm zum Opfer fiel, egal ob Mann oder Frau, den verstümmelte es grausam mit seinen Zähnen und Klauen oder riss ihn in unkenntliche Stücke. Überlebende gaben unklare und ganz unterschiedliche Beschreibungen des Angreifers ab. Doch sämtliche Schilderungen erwähnten übereinstimmend den Kopf eines wilden Tieres und die Flügel eines gewaltigen Vogels. Einige besonders kundige Adepten der Dämonologie waren geneigt, in Immodo zu erkennen, den Geist des Mordes, wohingegen andere ihn als einen der führenden Stadthalter Satans ansahen, Amaimon vielleicht oder Alastor, der vor Wut angesichts der unangreifbaren Vorherrschaft Christi in der heiligen Stadt Vion rasend geworden war. Der Schrecken, den das immer größere Ausmaß dieser satanischen Übergriffe und Vorhersehungen binnen Kurzem über die Stadt brachte, spottete jeder Vorstellung. Alles war verfinstert von einem drückenden, brodelnden, teufelsgetränkten Klima abergläubischer Besessenheit, das sich modernen Lesern nicht annähernd vermitteln lässt. Selbst am helllichten Tag schienen die schaurigen Fittiche des Albtraums wie ewig brütende Schatten auf dem Gemeinwesen zu lasten. Und überall ging die Angst um wie der ekle Überträger einer ansteckenden Seuche. Auf Schritt und Tritt schlotterten die Einwohner vor Angst und murmelten Gebete und kein geringerer als der Erzbischof selbst, ganz zu schweigen vom niederen Klerus, bekannte sich machtlos gegen das anwachsende Grauen. Ein Gesandter wurde nach Rom ausgeschickt, mit dem Auftrag, Wasser zu bringen, das vom Heiligen Vater höchst selbst geweiht worden war. Dies Mittel allein, so glaubte man, sei mächtig genug, um den furchtbaren Eindringling zu verjagen. Indessen nahm das Grauen unerbittlich zu und erreichte schließlich den Höhepunkt. Eines Abends, es war etwa Mitte November, wurde der Abt des örtlichen Franziskanerstifts, der aufgebrochen war, um einem sterbenden Freund die Krankensalbung zu spenden, kurz vor Erreichen der rettenden Schwelle von dem schwarzen Teufel ergriffen und auf die gleiche grässliche Weise hingemetzelt wie die übrigen Opfer. Zu dieser zweifach ruchlosen Tat kam kurz darauf eine kaum mehr fassbare Gottesbeleidigung. Schon am folgenden Tag, während der zerfetzte Leichnam des Abtes auf einem Katafalk in der Kathedrale rute und Messen gelesen wurden und Kerzen brannten, drang der Dämon durch das offene Portal in den Hauptturm ein, löschte sämtliche Kerzen mit einem Schlag seiner kohleschwarzen Schwingen aus und verschleppte nicht weniger als drei der ihres Amtes waltenden Priester in die Finsternis, wo sie ein abscheuliches Ende erlitten. Jedermann sagte sich, dass die Mächte des Bösen nunmehr einen wahrhaft vernichtenden Angriff gegen die christliche Ehrbarkeit von Vion geführt hatten. Infolge des erbärmlichen Schreckens, des unbändigen Chaos und Kleinmuts, die nach dieser neuen Gräueltat um sich griffen, kam es zu einem Ausbruch von Gesetzlosigkeit unter den Menschen, zu Mord und Plünderungen und Raub, ja, im Verborgenen wurde sogar dem Satanismus gefrönt und schwarze Messen fanden statt, zu denen viele neue Satansjünger strömten. Und inmitten all dieses infernalischen Schreckens und Tumultes ging das Gerücht um, ein zweiter Teufel sei gesichtet worden in Vion. Man munkelte dem todbringenden Dämon, habe sich ein Unhold von gleicher Missgestalt und Schmerze zugesellt, den geile Gier umtreibe und der ausschließlich Frauen nachstelle. Dieses Unwesen hatte etliche Damen und Töchter und Dienstmägde in hysterische Angstzustände versetzt, als es durchs Fenster in ihre Schlafgemächer starrte und es hatte sich geifernd unter obszönem Zähnefletschen und Grimassen schneiden und unter groteskem Geflatter seiner Fledermaus schwingen, an andere Frauen herangepirscht, die genötigt gewesen waren, bei Nacht von einem Haus zum anderen die Straße zu überqueren. Doch erstaunlicherweise wurde kein einziger verbürgter Fall bekannt, in dem die Ehre einer Frau tatsächlich befleckt worden war durch den scheußlichen Inkubus. Vielen hatte er sich genähert und sie durch sein widerwärtiges und lüsternes Gebaren über die Maßen geängstigt, aber nicht eine von ihnen hatte er jemals angerührt. Sogar in jenen Tagen des Schreckens, der sowohl die Seele wie auch den Körper betraf, gab es noch Witzbolde, denen die befremdliche Enthaltsamkeit, die der Dämon übte, für eine Zorte gut war. Sie scherzten, der Unhold sei in ganz Vion auf der Suche nach der einen, die er nur noch nicht gefunden habe. Von Blaise Renards Unterkunft führte eine einzige dunkle und gewundene Gasse direkt zu der Schenke, die von Jean Villon, Nicolettes Vater, bewirtschaftet wurde. In dieser Schenke hatte Renard abends immer seine Zeit verbracht, obwohl seine Werbung von Jean Villon missbilligt wurde und er auch von dem Mädchen selbst nur wenig Ermutigung erfuhr. Doch wegen seines gut gefüllten Geldbeutels und seiner Fähigkeit, sich nahezu unbegrenzte Mengen Weines einzuverleiben, wurde er geduldet. Er kam allabendlich schon früh, sobald es dunkel wurde. Dann hockte er Stunde um Stunde schweigend an seinem Platz und starrte mit brennendem und zugleich finster brütendem Blick auf Nicolette, während er lustlos die starken Weine von Averroigne kippte. So sehr den Wirtsleuten daran lag, dass er seine Gewohnheit beibehielt, fürchteten sie sich doch auch ein wenig vor ihm, wozu sein zweifelhafter Ruf und der Verdacht der Hexerei, in dem er stand, ebenso beitrugen wie sein mürrisches Naturell. Ihnen war nicht daran gelegen, ihn stärker zu verärgern, als unvermeidlich war. Wie jeder Einwohner wie Jons hatte auch Renard ein abergläubisches, atemabschnürendes Grauen verspürt, während jener Nächte, in denen der teuflische Beutereißer über der Stadt kreiste und jederzeit an jedem Ort auf den glücklosen Fußgänger herabstoßen konnte. Nur eine Besessenheit, die ihn so unerbittlich beherrschte wie das halbviehische Verlangen nach Nicolette, konnte ihn dazu bringen, nach Anbruch der Dunkelheit die gewundene Gasse zu durchmessen, bis er zur Schanktür gelangte. Die Herbstnächte waren mondlos gewesen. Nun jedoch, am Abend nach der Schändung sogar der Kathedrale selbst durch den todbringenden Teufel, trat das noch schmale, hellschimmernde Horn des jungen Sichelmondes hinter den Giebeln hervor, als Renard zur gewohnten Stunde von seiner Wohnung aufbrach. Er verlor den tröstlichen Glanz des Nachtgestirns aus dem Blick, als er zwischen den Häuserwänden in die enge Gasse eintauchte und eilte schlotternd vor Angst inmitten der Schatten voran, die nur hin und wieder von einem scheuen Lichtstrahl aus einem hochgelegenen Fenster zerteilt wurden. In jeder Ecke und Krümmung der Gasse war es ihm, als würde die Düsternis von dem unreinen Schatten satanischer Schwingen verdichtet, und als könne sie jeden Moment das Glimmen furchtbarer Augen preisgeben, das entfacht war an den nie verlöschenden Flammen der Hölle. Schon hatte er das Ende der Gasse erreicht, da sah er mit einem neuen Anflug irrsinniger Furcht, wie die Mondsichel von einer Wolke verdeckt wurde, deren grober Umriss an krumme Spitze Schwingen gemahnte. Gewaltige Erleichterung durchströmte ihn, als er die Schenke erreichte, denn er hatte zuletzt das deutliche Gefühl gehabt, dass ihm irgendjemand oder irgendetwas folgte, lautlos und unsichtbar, eine Präsenz, die die Dunkelheit mit einer ungeheuren Bedrohung zu erfüllen schien. Er stürzte über die Schwelle und warf die Tür hinter sich ins Schloss, als schlüge er sie einem grausigen Verfolger vor der Nase zu. An jenem Abend bevölkerten nur wenige Gäste die Wirtsstube. Die Schankmaid Nicolette stellte einen Humpenwein vor einen ansehnlichen jungen Mann hin, den Gehilfen eines Stoffhändlers, der erst seit kurzem in der Nachbarschaft ansässig war und Raoul Coupin hieß. Und sie lachte, so dünkte es Renard, mit ungeziemender Fröhlichkeit über die schlipfrigen Scherze und erfinderischen Schäkereien dieses Raoul. An einem Tisch im hintersten Winkel des Schankraums saß Jean Villon, in Gesellschaft zweier Kumpane, erörterte mit leiser Stimme die jüngsten Schandtaten der Dämonen und sprach dabei seinem eigenen Wein ebenso tüchtig zu wie seine Gäste. Finsteren Blicks und voller Eifersucht bemerkte Renard die Anwesenheit Haid Raoul Coupins, den er in Verdacht hatte, sein glücklicherer Nebenbuhler um die Gunst des Mädchens zu sein. Schweigend nahm er Platz und starrte böse auf das Tändeln der Paar. Niemand schien von seiner Ankunft Kenntnis genommen zu haben, denn Villon unterhielt sich ohne Unterbrechung weiter mit seinen Zechkumpanen und auch Nicolette und ihr Verehrer waren mit sich selbst beschäftigt. Zusätzlich zu seiner heftigen Eifersucht stieg in Renard der Groll eines Menschen auf, der glaubt mit Vorsatz ignoriert zu werden. Er begann mit seinen Derben Fäusten auf den Tisch zu schlagen, um auf sich aufmerksam zu machen. Villon, der ihm auf seinem Platz die ganze Zeit über den Rücken zugewandt hatte, rief nun ohne sich auch nur umzuwenden auf seinem Stuhl Nicolette zu, sie möge Renard bedienen. Die Wirtstochter wandte sich von Coupin ab, doch warf sie ihm über die Schulter noch ein Lächeln zu, ehe sie langsam mit unverhohlenem Widerwillen an den Tisch des Steinmetzen trat. Das Mädchen war klein und drall und üppige goldblonde Locken mit einem Stich ins Rötliche umrahmten das zierliche Oval ihres Gesichts. Das apfelgrüne, eng anliegende Kleid betonte verführerisch die festen Rundungen ihrer Hüften und Brüste. Ihr Gehabe war herablassend und ein wenig kalt, denn sie mochte Renard nicht und hatte sich noch nie sehr bemüht, ihre Abneigung gegen ihn zu verbergen. Doch in Renards Augen war sie schöner und begehrenswerter denn je, und er verspürte den tierhaften Drang, sie an sich zu reißen und vor den Augen Raoul Coupins und ihres Vaters mit roher Gewalt aus der Schinke zu verschleppen. »Bring mir einen Krug voll Lafrenet«, verlangte er Barsch, und in seiner Stimme klang die Mischung aus Wut und Begierde mit, die in ihm brodelte. Das Mädchen warf kaum merklich und verachtungsvoll den Kopf zurück und führte die Bestellung aus, nicht ohne auch jetzt wieder mehrfach Blicke zu Coupins hinfliegen zu lassen. Wortlos stellte sie den feurigen blutroten Wein vor Renard ab und machte sofort kehrt, um weiter mit dem Gehilfen des Stoffhändlers zu schäkern. Renard begann zu trinken und der starke Tropfen fachte seine schwelende Feindseligkeit und Leidenschaft nur noch mehr an. Sein Blick wurde gemein, seine Lippen verzerrten sich bösartig gleich den Läfzen des Wasserspeiers, den er für die neu erbaute Kathedrale in Stein gemeißelt hatte. Ein unheilvoller urwüchsiger Groll, ähnlich progenen Fauns fraß an ihm mit zäher roter Flamme. Doch er mühte sich ihn zu unterdrücken und saß stumm und regungslos da, wenn man von dem häufigen Nachfüllen und Lehren des Weinhumpens absah. Auch Raoul Coupin hatte dem Wein reichlich zugesprochen. Infolgedessen wurden seine Liebeswerbungen schon bald kühner und er versuchte Nicolette, die sich inzwischen neben ihm auf die wurde ihm neckisch entzogen, doch nach einem sehr leichten und munteren Klaps auf die Wange, mit welchem ihre Eigentümerin Raoul bedachte, ward die Hand dem Bewerber gewehrt, auf eine Art, die Renard nichts weniger als schamlos dünkte. Ihm entwich ein unartikuliertes Knurren, und in einer wutschnaubenden Anwandlung vorzupreschen und den erfolgreichen Nebenbuhler mit bloßen Händen umzubringen, sprang er auf und tat einen Schritt in Richtung des verspielten Paares. Die Bewegung fiel einem der Männer im hinteren Eck der Schankstube auf, der ein warnendes Wort an Vihom richtete. Der Schankwirt erhob sich, wobei er aufgrund des genossenen Weins ein wenig schwankte und kam durch den Schankraum argwöhnisch heran, den Blick auf Renard geheftet und bereit schlüssig stehen, doch dann ging er weiter, halb von Sinnen in seinem wachsenden Hass gegen alle, die da im Schankraum saßen. Er lächzte danach, wie Jom und Coupin zu töten, lächzte danach, die hassenswerten Zechkumpane zu töten, die aus dem Winkel herüber starrten, und es trieb ihn, sich anschließend auf ihren hingemordeten Leichen mit gierigen Küssen und feurigen Als er den Steinmetzen herankommen sah, dessen unverträgliches Naturell und schwarze Eifersucht ihm bekannt waren, erhob auch Coupin sich und griff verstohlen unter seinen Mantel nach dem Heft des kleinen Dolchs, den er bei sich trug. Inzwischen hatte Jean Villiom seine stattliche Leibesmasse zwischen die beiden Rivalen geschoben. Um den guten Ruf der Schenke zu wahren, wollte er die drohende Prügelei unterbinden. Zurück an deinen Tisch, Steinmetz, brüllte er Renat rauflustig entgegen. Unbewaffnet wie er war und offensichtlich in der Unterzahl blieb Renat abermals stehen, obzwar die Wut noch immer in ihm brodelte wie das Gebräu im Kessel eines Hexers. In seinen schmalen tief liegenden Augen glommen rote Funken der Mordlust, während er auf die Dreiergruppe vor sich starrte und dahinter mehr instinktiv als bewusst die bleigefassten Scheiben des Wirtsstubenfensters wahrnahm, in dessen Glas der Schankraum sich matt spiegelte, mitsamt den strahlenden Kerzen, den schimmernden Krügen und Bechern, mitsamt den Häuptern von Coupin und Villom und der Maid Nicolette und mittendrin seinem eigenen schattenhaften Antlitz. Es war sonderbar, aber im selben Augenblick kam ihm vermeintlich zusammenhanglos die dunkle, unklare Wolke in den Sinn, die sich vor dem Mond abgehoben hatte, und ebenso der beharrliche Eindruck etwas Unbestimmtes Namenloses habe ihn auf dem Weg zur Schenke durch die Gasse verfolgt. Und dann, während er noch unentschlossen auf die Gruppe vor ihm und auf ihren verschwommenen Widerschein im Fenster starrte, ertönte ein ohrenbetäubendes Krachen und die Scheiben mit der darin gespiegelten Szene barsten und wurden als Regen von Scherben und Splittern in den Schankraum geschleudert. Noch ehe die Glasstücke auf den Fußboden prasselten, fegte ein schwarzer ungeheuerlicher Umriss herein und mächtiger Schwingenschlag ließ die Kerzenflammen ungestüm flackern und die Schatten zucken wie missgestaltete Teufel beim Sabbattanz. Das Ding erschwebte einen Augenblick lang in der Luft und schien als eine mächtige Finsternis weit höher als die Zimmerdecke aufzuragen über den Köpfen, die sich ihm zuwandten. Renard und seine Gegner sahen das böse Glimmen in den Augen, gleich Kohlen in den tiefsten Pfuhlen der Hölle und das hasserfüllte Fletschen der Lefzen und die gebleckten Fänge, die länger und spitzer waren als Natternzähne. Gleich nach dem Eindringling flog ein weiteres schattenhaftes Ungeheuer mit stürmischem Geflatter zweiergerippter spitz zulaufender Schwingen durch das zerschmetterte Fenster herein. Sogar seinen Flugbewegungen haftete etwas Wollüstiges an, gerade so wie der Schwingenschlag des ersten Unholz Bosheit und Hass zum Ausdruck brachte. Seine satirhaften Züge waren verzerrt zu einer grässlichen unwandelbaren Grimasse der Geilheit und sein brünstiger Blick haftete unverwandt auf Nicolette, während er neben seinem Genossen in der Luft verharrte. Renard und die übrigen Männer standen da wie gelähmt, so völlig übermannt von Fassungslosigkeit und Überraschung, dass kaum noch Raum blieb für Entsetzen. Der Sprache beraubt und unfähig sich zu bewegen, starrten sie den in die Schankstube eingebrochenen Dämonen entgegen. Doch bei Renard war die Überraschung am größten und sie ging einher mit unsagbarem Staunen und grauenvollem Wiedererkennen. Das Mädchen Nicolette hingegen stieß einen irren Entsetzensschrei aus, wirbelte herum und begann durch die Schankstube davonzurennen. Als wäre ihr Schrei der Ansporn gewesen, auf den die beiden Dämonen gewartet hatten, stießen sie nun auf ihre Opfer herab. Der eine führte einen wütenden Hieb mit vorgereckter Klaue und schlitzte Jean-Villum die Kehle auf und noch während der Wirt mit einem gurgelnden von Blut erstickten Stöhnen zu Boden sank, erlitt Raoul Coupin das gleiche Schicksal. Indessen hatte der zweite Dämon dem flüchtenden Mädchen nachgesetzt. Er riss es in seine Arme, die eher tierischen Auswüchsen glichen und schlug die gerippten Flügel um es wie einen höllischen Mantel. Ein ächzender Wirbelsturm, ein Chaos heulender Schreie und zappelnder und zankender Schatten erfüllte den Raum. Renard hörte das Knurren des mordgierigen Monsters, wenn auch gedämpft durch den Körper Coupins, den es eben mit den Zähnen zerfetzte und hörte das lüsterne Lachen des Inkubus, das sogar lauter tönte als die schrillen Schreie des bis zum Irrsinn geängstigten Mädchens. Dann erloschen die hektisch flackernden Kerzen in einem wirbelnden Windstoß und in der Finsternis verspürte Renard einen heftigen Schlag, den Schlag eines vorüberfegenden Etwas, vielleicht einer Schwinge, die über ihn hinweg rauschte und die so hart und massiv war wie Stein. Er stürzte und verlor die Besinnung. Betäubt, verstört und mit einiger Mühe ins Bewusstsein zurück. Anfangs wusste er weder, wo er war, noch konnte er sich der jüngsten Ereignisse entsinnen. Als er die Augen öffnete, ward er gepeinigt von dem schmerzhaften Pochen in seinem Schädel, vom Summen erregter Stimmen ringsumher, vom grellen Schein zahlreicher Fackeln und vom Gedränge vieler Gesichter. Doch vor allem quillte ihn das Gefühl eines namenlosen, aber furchtbaren Unglücks und unsäglichen Grauens, das ihn niederdrückte, seit seine Sinne wieder zu erwachen begannen. Langsam und zögerlich kehrte die Erinnerung zurück und mit ihr die vollständige Erkenntnis, in welcher Umgebung und Lage er sich befand. Er lag auf dem Boden des Schankraums und warmes, klebriges Blut aus der Wunde in seinem schmerzenden Schädel rann ihm übers Gesicht. Der längliche Raum war halbvoll mit Menschen Baden hereingeströmt waren und auf die Leichen von Villum und Coupin starrten, die inmitten von Lachen aus Wein und Blut und den Trümmern der zerschmetterten Tische und Stühle, Humpen und Krüge auf dem Boden lagen. Nicolette in den Fetzen des grünen Kleides, die kaum noch ihren Leib verhüllten, der zermalmt war von den Umarmungen des Dämons, stöhnte schwach, während Frauen sich um sie scharrten und um sie weinten und sie vergeblich mit Fragen bestürmten, die sie nicht einmal hören, geschweige denn beantworten konnte. Die beiden Zechkumpanen von Villum lagen grauenvoll zerfetzt und zerfleischt, tot neben ihrem umgestürzten Tisch. Dumpf im Kopf vor Grauen und noch immer benommen von dem betäubenden Schlag kam Renard schwankend auf Etliche der Leute hegten gelinden Verdacht gegen ihn, da er der einzige Überlebende in der Schenke war und in üblem Ruf stand. Aber die Antworten, die er auf ihre Fragen gab, überzeugten sie schnell, dass die neue Untat ganz und gar auf die Rechnung der nämlichen Dämonen ging, die Villon schon seit Wochen auf so grauenvolle Weise in Schrecken hielten. Und doch war Renard nicht im Stande ihnen alles zu berichten, was er gesehen hatte oder die ureigentlichen Gründe seiner Benommenheit und seiner Furcht zu bekennen. Was er wusste, blieb ein Geheimnis, das verschlossen war in der brodelnden Hölle seiner gepeinigten teufelsbesessenen Seele. Irgendwie gelangte er aus der verwüsteten Schenke auf die Gasse hinaus. Er bahnte sich den Weg durch die Menschenmenge, Getuschel von Grauen gedämpft war. Zu guter Letzt fand er sich allein in den nachtdunklen Straßen wieder. Ungeachtet der möglichen Gefahr für sich selbst und ohne Recht zu wissen, wohin er seine Schritte lenkte, streifte er stundenlang durch Vion und im Verlauf dieser Irrwanderungen gelangte er irgendwann zu seiner eigenen Werkstatt. Ohne dass ein bestimmter Vorsatz ihn dazu bewog, ging er hinein und als er wieder auf die Straße trat, hielt er einen schweren Hammer in der Faust, den er nicht mehr weg legte. So setzte er seinen Streifzug fort, getrieben von seiner furchtbaren nicht nachlassenden Qual, bis das fahle Morgengrauen die Turmspitzen und Dachfirste mit einem geisterhaften Glanz anhauchte. Unter einem halb unbewussten Zwang hatten seine Schritte ihn zum Domplatz getragen. Ohne dem Verwunderten Küster Beachtung zu schenken, der eben erst das Portal der Kathedrale aufgeschlossen hatte, trat er ein und fand eine Windeltreppe, die sich zum Dach des Hauptturms emporschraubte, dem Sitz der von ihm selbst gefertigten Wasserspeier. Im fahlen Licht eines Morgens, den kein Sonnenstrahl wärmte, trat er auf das Dach hinaus. Er beugte sich gefährlich weit über die Dachkante und musterte die in Stein gemeißelten Figuren. Renard verspürte nicht die leiserste Überraschung. Stattdessen fand er nur eine Ahnung bestätigt, die zu furchterregend und zu schrecklich war, um sie zu benennen. Die Zähne und Klauen des bösartigen Greifen mit dem Katzenkopf, so erkannte er, waren befleckt mit stockendem Blut, und in den Krallen des lüsternen Saathürs mit den Fledermaus Schwingen hingen fetzen apfelgrünen Tuchs. Im grauen, aschernen Frühlicht wehnte Renard einen Ausdruck unsäglichen Triumphs, ja unerträglichen zynischen Hohens in die Fratze des steinernen Buldämons eingemeißelt zu sehen. Mit furchterfüllter und quälerischer Faszination starrte er auf die Figur, während ohnmächtiger Zorn, Abscheu und eine Reue, die bitterer war als die Reue der Verdammten in ihm anschwollen, gleich einer erstickenden Flut. Er wusste kaum, dass er den eisernen Hammer emporgerissen und von der Seite her einen wütenden Hieb gegen das gehörnte Gesicht des Saathürs geführt hatte, bis er den dumpfen zornigen Hammerschlag hörte und plötzlich am Rand des Daches mit den Armen rudernd ums Gleichgewicht kämpfen musste. Der blindwütige Hieb hatte bloß eine Kante in der Fratze des Wasserspeiers abgebrochen, nicht aber den Ausdruck böser Lust und schändlichen Frohlockens daraus getilgt. Abermals holte Renard mit dem schweren Hammer aus. Der Hieb ging ins Leere, denn noch während er den Hammer niederfahren ließ, fühlte der Steinmet sich selbst empor gehoben und zurückgerissen von etwas, das Er taumelte hilflos, seine Füße verloren den Halt und schon lag er auf der graniternen Dachkante und seine Schultern und sein Kopf schwebten hoch oben über der dunklen menschenleeren Straße. Halb besinnungslos und fast irrsinnig vor Schmerz erblickte Renard über sich den zweiten Wasserspeier, der ihm die Krallen seiner rechten vorderen Klaue fest in die Schulter geschlagen hatte. Er spürte, wie die Krallen immer tiefer eindrangen, als würde die Klaue noch kraftvoller zufassen. Das Ungeheuer schien über ihm aufzuragen wie ein Fabelwesen über seiner Beute und er spürte, wie er schwindelnd über die Dachtraufe der Kathedrale abrutschte, während der Wasserspeier sich drehte und wand, als nähme er wieder seine angestammte Position über dem Abgrund ein. Die träge, unerbittliche Bewegung des Wasserspeiers schien das Schwindelgefühl Renars zu verstärken, unter dem der Turm wie ein Albtraum aber witzig zu kippen und zu kreisen schien. Undeutlich in einem Nebel aus Todesangst und Schmerz sah Renar, wie das gnadenlose Katzenantlitz sich über ihn beugte und in einer eingefrorenen Grimasse teuflischen Hasses die furchtbaren Fänge entblößte. Irgendwie hielt er den Hammer noch immer fest umklammert. In einem instinktiven Abwehrimpuls hieb er auf den hinzuzukommen schienen wie ein Zerrbild, das der schlimmsten Wahnvorstellung eines Fiebertraums entspringt. Noch während er zuschlug hielt die schwindelerregende Kreiselbewegung an und er spürte, dass die Krallen, in deren Griff erzappelte, ihn über den Abgrund hinaus zerrten. Aufgrund seiner flach hingestreckten verkrampften Haltung verfehlte sein Hieb das Ziel. Der Hammer ging knapp an der verhassten Fratze vorbei und schlug mit dumpfem Krachen gegen die Vordertatze, deren gebogene Krallen in der Schulter des Steinmetzen steckten wie Fleischerhaken. Das Krachen mündete in ein durchdringendes berstendes Geräusch und der vorgeneigte Wasserspeier entspannt außer Sicht, während Renard in die Tiefe stürzte und nichts mehr sah außer der dunklen Masse des Hauptturms, der über ihm in die Höhe schoss und in irrwitziger Weise Niemand Geringeres als der Erzbischof Ambrosius höchst selbst entdeckte auf dem Weg zur Frühmesse den zerschmetterten Leichnam von Blaise Renard, der mit dem Gesicht nach unten auf dem Dom Platz lag. Bei dem Anblick schlug Ambrosius vor Überraschung und Schrecken ein Kreuz über der Brust und als er dann auch das Ding erblickte, das noch immer in Renards Schulter gekrallt war, da wiederholte er die Geste schneller als es die Frömmigkeit gebot. Er beugte sich vor, um das Ding genauer in Augenschein zu nehmen. Mit dem untrüglichen Gedächtnis des wahren Kunstliebhabers erkannte er es augenblicklich wieder. Dann gewahrte er aufgrund der nämlichen deutlichen Erinnerung, dass die Vorderhand mit der Tatze aus Stein, deren Krallen so tief in Renards Fleisch gegraben waren, eine äußerst naturwidrige Veränderung durchlaufen hatten. Die Tatze nämlich hätte soweit er sich entsann leicht angewinkelt und entspannt sein müssen. Nun jedoch war sie kraftvoll ausgestreckt und gespreizt, als hätte sie wie die Klaue eines lebenden Geschöpfs nach etwas gegriffen oder hätte an etwas Schwerem mit ihren Raubtier Krallen gezerrt. Untertitel